Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin wieder in GTA 5 Online und ihr seht schon, YouTube Gamescom da oben seht ihr mich. Moin, moin. Viele haben mich wahrscheinlich schon für tot gehalten oder haben schon gedacht, mein Kanal würde aufgegeben werden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Mich kriegt man nicht tot. Ich bin seit 2012 dabei im Mai. Okay. Und ja, jetzt knallen wir erstmal einen ab. Ich habe mir was gekauft, Leute. Ich muss euch das unbedingt erzählen. Ich kann euch das jetzt nicht so zeigen. Und zwar, ich habe mir eine Simulus Drohne gekauft. Eine Simu... oder eine Simu... Simulus Drohne. Ja, Simulus Drohne. Und auf jeden Fall ist es eine Drohne, die eine Reichweite hat von 80 Meter. So. Das ist schon relativ viel. Das ist schon... was heißt, ist noch nicht wirklich noch nicht Profi-Reichweite für eine Drohne. Aber 80 Meter ist immerhin höher als die Silver Star im Europa-Park. Das ist eine riesige Stahlachterbahn in Baden-Württemberg. Auf jeden Fall läuft die wirklich tatsächlich sieben Minuten lang. Ich konnte es auch nicht glauben, dass sie wirklich sieben Minuten hält. Ich dachte eher, naja, da steht sieben Minuten drauf und es hält nur drei Minuten. Aber es hält tatsächlich sieben Minuten an. So lange bleibt das Teil wirklich in der Luft. Finde ich richtig klasse, das Ding. Sieben Minuten klingt erstmal wenig, aber wenn ihr mit dem Ding erstmal ein bisschen rumflickt, ist das eigentlich schon relativ gut. Ist eine Kamera dran an der Simulus Drohne. Das heißt, das nimmt mit zwei Megapixel auf und, naja, wunderbare Bilder könnt ihr damit machen und Videos machen. Richtig geiles Teil. Wollte ich euch einfach nur mal sagen, ähm, Leute, äh, kauft euch auf jeden Fall eine Drohne mit Kamera. Ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen, weil das einfach ein ganz geiles Erlebnis ist. Ihr seht die Welt von oben. Ihr könnt den Wald von oben sehen. Wenn ihr jetzt irgendwo im Wald seid, könnt ihr das Ding hochsteigen lassen und ihr seht den kompletten Wald unter euch. Zum Beispiel Thüringer Wald oder Schwarzwald oder was weiß ich. Ist mir egal was. So, wir wollen jetzt hier nicht eine Rundfahrt machen durch Los Santos, wir wollen auch ganz viele Leute am besten töten. Genau, das machen wir jetzt. Ich muss mich auch ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen. GTA 5, yo. Könnte mich auch gerne adden. YouTube Gamescom auf der PS4. Und ja. So sieht das auf jeden Fall aus. Hat ja lange nichts mehr hochgeladen, ihr wisst das ja, ich hatte keinen Bock auf YouTube. Und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich nichts auf YouTube. Ich bin nicht so einer, der jetzt Videos macht. Nur damit meine Abonnentenzahl weiter steigt. Ne. Ne. Ich habe über 800 Videos, Leute. Ihr könnt euch gerne auch noch alte Videos von mir anschauen. Auch wenn ich jetzt mal über Wochen nichts hochlade. Meine alten Videos sind ja immer noch da. Und es sind genügend Videos da, die ich habe. Einfach mal anschauen. Auch alte Videos sind interessant. Wie ich zum Beispiel Red Dead Redemption zocke oder GTA 4. Ist auf jeden Fall mal ein Klick wert. Und ich habe keine YouTube Werbung. Habe ich alles abgeschaltet, damit ihr frei von Werbung seid. So. Also ich verdiene auch nichts an YouTube. Ach, was soll ich jetzt noch sagen? Ich weiß es nicht. Weihnachten steht vor der Tür. Mein Geschenk habe ich. Ich habe mir diese Drohne gekauft. Und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein. Bleibt mir treu. Ubito Games kommt auf der Playstation 4. Wo bin ich denn? An erster, zweiter, vierter Stelle. Yo. Scheiße. Keine Muni mehr. Oh Gott. Aha. tutto died. Oh Gott. è una